Bodenleger ist der coolste Job, weil Wenn ich mit meiner Lehre fertig bin, schaue ich, dass ich die Firma von meinem Vater übernehme. Mein Chef ist Mein Vater. Er ist eigens lässig, er gibt keinen Stress oder so, es passt perfekt. Spaß bei der Arbeit bedeutet für mich Wenn die Kunden glücklich sind Mein größtes Hobby ist Moped fahren und fortgehen Ich will Lehrlingshelden gewinnen, weil Weil ich sehr gespannt bin, was auf mich dann zukommt, der Preis hat Meine Mitschüler in der Berufsschule sind Ich bin noch nicht in der Berufsschule, erst nächstes Jahr im Februar, aber auf das freue ich mich schon. ABER Untertitelung des ZDF für funk, 2017